In diesem Quick-Tipp möchte ich dir zeigen, was es mit dem Satz von Thales auf sich hat. Du siehst hier ein rechtwinkliges Dreieck. Anders als bei den rechtwinkligen Dreiecken, die du bisher gezeichnet hast, siehst du hier noch einen Halbkreis. Der Mittelpunkt des Halbkreises ist hier genau der Mittelpunkt der Strecke C. Der Punkt C liegt hier nun exakt auf diesem Halbkreis. Verschiebe ich diesen Halbkreis, siehst du, die Form des rechtwinkligen Dreiecks verändert sich. Allerdings, der rechte Winkel bleibt immer ein rechter Winkel, egal ob dieser Punkt C nun hier liegen würde oder ob der Punkt C nun hier liegen würde. Wie du den Satz von Thales anwenden kannst und somit auch den Thales-Kreis zeichnen kannst, zeige ich dir nun. Wir haben hier die Angaben für ein rechtwinkliges Dreieck. Die Seite C ist 7,5 cm und die Seite A ist 4 cm. Als erstes mache ich nun eine Skizze, markiere mir nun die gegebenen Bestimmungsstücke und sehe, dass ich mit Hilfe dieser Bestimmungsstücke nun das Dreieck noch nicht konstruieren könnte. Daher bediene ich mich nun dem Satz von Thales. Als erstes zeichne ich die Strecke C, markiere also auf einer Strecke den Punkt A und schlage den Punkt B ab. Danach halbiere ich diese Strecke. Solltest du nicht mehr wissen, wie man eine Strecke mit dem Zirkel halbiert, sieh dir bitte das entsprechende Video noch einmal an. Habe ich nun diesen Mittelpunkt, kann ich mit dem Zirkel einstechen und zeichne nun einen Halbkreis, den Thales-Kreis. Nun weiß ich, dass die Seite A 4 cm lang ist. Ich steche also mit dem Zirkel in den Punkt B ein und schlage die 4 cm auf dem Halbkreis ab. So habe ich nun den Punkt C erhalten und habe mein rechtwinkliges Dreieck konstruiert. Und nun wünsche ich dir gutes Gelingen bei der Dreieckkonstruktion mit Hilfe des Satz von Thales.